Moin Moin, wie ist es hier alle und willkommen zum Bonnetzige-Tipp, Bonnetzige-Tipp, siebter Spieltag. Ja, da war doch der Chancentod irgendwie am letzten Spieltag. Viele Teams, die viel versucht haben, aber am Ende noch nicht so viel erreicht haben, außer die Borussia aus Dortmund. Ja, los geht's mit meinen neuen Tipps. Das Auftaktspiel heißt FC Schalke 04 gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, Leverkusen gewinnt klar und deutlich das Spiel gegen den Hamburg SV. Da war natürlich dann die Frage für mich, war das wirklich so offensichtlich? Also viele in der Tipp-Runde haben auch gesagt, Leverkusen gewinnt, das ist eigentlich deutlich. Dass ich da so unentschieden getippt habe, ja gut. Ich hatte so ein bisschen erwartet, dass die Hamburger vielleicht sich ein bisschen mehr wehren und dann war es dann überhaupt nicht der Fall. Beim FC Schalke 04, ja gut. Liegt so lange 1-0 zurück. Und am Abschluss ist es entweder der Pfosten oder der Torwart oder auf anderer Seite der Pfosten oder der Torwart, der irgendwie kein einziges Tor irgendwie rausbringen möchte. Am Abschluss haben die Hoffenheim mal gewonnen, verdient mit 2-0. Ja, jetzt im Auftaktspiel des siebten Spieltages wird es wahrscheinlich etwas schwieriger mit Pfosten und Tor. Und was weiß ich, denke trotzdem, dass dieses Spiel ja nur nicht schien auszudritten. Habe ich ein 1-1. Das letzte Spiel ist das erste Samstagsspiel. Das finde ich da zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Ja, Chancentod und so. Beim VfB Stuttgart, die Fans der Schwaben müssen sich so ein bisschen irgendwie gedulden. Noch momentan, weder auf der einen noch auf der anderen Seite extrem positiv, aber sagen wir mal so, vielleicht von viel Schlimmeren rechnet. Von daher ist das okay. Ja, zu Hause holt man die Punkte auswärts eher nicht. Da ist man eher schwach. Die Frankfurter, ja gut. Mit Chancentod und sonst was. Aber am Ende reicht es manchmal. Bei diesem Spiel reicht es am Ende auch. Nämlich den Fans, es steht 0-0 am Ende. Ich denke mal nicht, dass da irgendwie viel Torraum-Szenen kommen werden und am Ende nichts passiert. Das nächste Spiel ist zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Ja, beide Teams. Aus meiner Sicht Enttäuschung des letzten Spieltages. Hannover schafft es nicht, gegen Köln das 1-0 zu erzielen. Die Spielen 0-0. Alle haben sich gefragt, wie um Himmels Willen haben die jetzt 0-0 gekriegt, die Kölner. Bei der Borussia genau auch Kopfschütteln. Kopfschütteln. Also halbe Dutzend voll. Also irgendwie Kopfschütteln. Es ist reines Kopfschütteln in Gladbach. Jetzt hat man deswegen ein negatives Torverhältnis. Gegen Hannover wird das Torverhältnis nicht positiver. Am Ende 1-1 zu 1 unentschieden. Ja, bislang ziemlich viele Unentschieden an diesem Spieltag, die ich tippe. Aber mal schauen. Das nächste Spiel ist zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Ja, der Augsburger, wie vorhin erwähnt, beim VfB Stuttgart. Also Chancen hüben wie drüben. Aber am Abschluss passiert nichts. Am Abschluss ist es 0-0. Ja, gegen Borussia Dortmund wird das sicherlich kein 0-0. In der letzten Saison gab es zwei Unentschieden. Mal schauen, ob es jetzt dieses Mal der Fall sein wird. Denn die Borussia spielt in der Champions League. In den letzten Jahren war das oftmals der Fall so. Nachdem man erfolgreich in der Champions League war, war man unerfolgreich in der Bundesliga. Beziehungsweise wenn man unerfolgreich in der Champions League war, war man erfolgreich in der Bundesliga. Dann könnt ihr fast schon erwarten, wie ich das Spiel in der Champions League tippe. Denn wenn Borussia Dortmund gewinnt, gewinnt das Spiel mit 2-0. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FSV Mainz 05. Ja, Trainer, Trainer-Duell würde ich mal fast schon sagen. Der alte Trainer vom FSV Mainz 05 geht zum VfL Wolfsburg und ist auf einmal der Held. So einfach läuft das manchmal. 0-2 gegen die Münchner zurückgelegen. Eigentlich normalerweise ein Knockout. Also normalerweise, komm, du liegst 2-0 gegen den deutschen Meister hinten. Das Ding wirst du irgendwie 3-4-5-0 verlieren. Denkste. Wolfsburg mutig dabei gewesen. Und unplötzlich steht es 2-2. Nun gut, man darf auch dem Torwart so ein bisschen dem ein oder anderen Fehler zuweisen. Da hat der Ulreich nicht so ganz gut plädiert. Nicht so ganz gut gehalten. Beim FSV Mainz 05, ja. Ja, es ist am Abschluss ein Wolfsburger Sieg. Ein 2-1. Die Mainzer haben gegen die Hertha gewonnen. Zu Hause hätte auch nicht jeder zwingend erwartet. Aber am Abschluss ist dann die große Frage, wie sie gewonnen haben. Das ist am Abschluss ein Elfmeter gewesen. Hätte auch eigentlich keine Tore verdient das Spiel. Aber was sollt. Das nächste Spiel ist zwischen dem Hamburg SV und dem SV Werder Bremen. Das DFB-Top-Spiel. Und ja, da sind die Hamburger immer wieder in einem Job-Spiel. Und dieses Mal geht es gegen den Abstiegskampf. Und nachdem man erfolgreich die Saison gestartet ist, erfolgreich Tabellenführer war, dann ist es irgendwie ganz böse nach hinten losgegangen. Vier Niederlagen folgten. Bei SV Werder, ja. Gegen Wolfsburg gut gespielt. Gegen Freiburg. Ja, Chancen und so. Da muss man schon welche verwandeln. Und ich denke mal, in diesem Nordderby wird es keine Tore geben. 0-0. Das nächste Spiel ist zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim. Chancen und so. Also da ist die große Frage beim SC Freiburg, wie gut kann man zu Hause gegen die Sitzheimer spielen, die ja unter der Woche in der Europa League spielen müssen. Das ist natürlich dann immer so eine Sache für sich. Europa League, hm. Freiburg ja selber wäre ja auch dabei gewesen. Aber am Abschluss hat es einfach in der Qualifikation so ein bisschen gehapert. Ich denke mal aber trotzdem, dass die Sitzheimer gewinnen werden mit 3 zu 1. Das nächste Spiel ist mein persönliches Top-Spiel. Das ist das Spiel zwischen der Hertha und dem FC Bayern München. Ja, ich mag ja immer so, schon mit den letzten Tipps immer wieder sagen, die Hertha heimstarkes Team. Aber die letzten Auftritte der Berliner, okay. Also haben so ein bisschen was anderes gezeigt als Heimstärker. Vielleicht lag es einfach am Gegner. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass man zu übermotiviert in allen Sachen gewesen ist. Jetzt geht es gegen die Münchner, die ja einen Leistungsknick haben. Da könnte man jetzt sagen, ja, Bayern München, die könnten echt jetzt das Spiel sogar verlieren gegen die Berliner. Aber so viel traue ich mich jetzt nicht, dass die Berliner das Spiel gewinnen. Mal einen ganz sicheren Tipp. Jetzt kommt es, ne. Später gewinnt die Berliner oder es ist ein Unentschieden. Ich denke aber trotzdem, dass die Münchner gewinnen werden mit einem 2 zu 0. Von daher sichere Tipps gibt es hier nicht. Das nächste und letzte Spiel ist zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig. Da haben die Kölner jetzt endlich mal einen Punkt geholt gegen Hannover. Ja, wie erwähnt, so ein Punkt. RB Leipzig zurück in Richtung Spur, Richtung richtiger Spur. Das ist eben dann die große Frage, ob es jetzt die richtige Spur ist oder eher nicht. Ich denke mal, dass die Leipziger gegen Köln gewinnen werden und das ganz hauchdünn, nämlich mit einem 1 zu 0. So, das waren meine Bundesliga-Tipps für diesen siebten Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in den Zeprunden abgeben oder in den Kommentaren oder als Video selber. Und wir sehen uns dann zum nächsten Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.